Will Smith hat es, Britney Spears hat es, Channing Tatum hat es, Jamie Oliver hat es, Taylor Swift hat es. Sie alle haben sich öffentlich zur Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, bekannt. Das Buch Strubelpeter kennt fast jeder, obwohl es schon 150 Jahre alt ist. Der Strubelpeter selbst, aber auch Hans Guck in die Luft und der Zappel Philipp sind ADHS-Kinder mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen. ADHS gibt es schon immer. Aber in unserer Leistungsgesellschaft fallen die Betroffenen viel eher auf. Es wird Leistung von ihnen erwartet. Aber gleichzeitig werden sie ständig durch verschiedenste Reize, wie Smartphones, die ständig auf sich aufmerksam machen, abgelenkt. Wenn wir heute das diskutieren, dann glaube ich, dass wir ein Problem haben, das von den Kindern erwartet wird, dass sie im Grundschulalter schon verstehen, dass sie jetzt leisten müssen, damit sie dann später einen guten Übertritt aufs Gymnasium schaffen können. Während es früher so war, da vorne war der autoritäre Lehrer gestanden und der hat gesagt gehabt, lernt es, macht es. Und damit sind die meisten Kinder, so schlimm das war, irgendwie auch durch das System durchgegangen. Niemand hat eine Zukunftsangst gehabt. Und jetzt haben wir total verunsicherte Eltern, die den Kindern viele Freiheiten einräumen in den ersten Lebensjahren, wo man auch viel von der Verhaltenssteuerung letztlich noch bedingen, beeinflussen kann. Dann sind plötzlich alle verwundert, wenn die in die Grundschule kommen, dass sie nicht von sich aus ein angepasstes Verhalten zeigen, wenn sie jetzt plötzlich im Klassenzimmer da sitzen müssen. Aber selbst da sind die Strukturen dann wieder viel offener. Da sitze ich dann am Gruppentisch, ich habe mein Gegenüber, ich werde von dem abgelenkt, die Klassenzimmer sind alle bunt, der Lehrer ist nicht mehr die Autorität, die vorne steht. Und während viele Kinder, die eine normale Steuerungsfähigkeit haben, damit gut umgehen können, bleiben die ADHS-Kinder in diesem Kontext dann zurück, weil sie das eben nicht leisten können. Hauptsymptom der ADHS ist die Aufmerksamkeitsstörung. Die ADHS ist eine Störung und hat großen Einfluss auf die willentliche Steuerung der Aufmerksamkeit. Etwas willentlich nicht beeinflussen zu können, kennen bestimmt einige, zum Beispiel, wenn sie in unangenehmen Situationen plötzlich rot werden. Das ist peinlich, aber eben nicht willentlich beeinflussbar. ADHS gehört zur Gruppe der Störungen von Verhalten und Emotionen. Menschen mit ADHS nehmen ihre Umwelt anders wahr. ADHS-Kinder fühlen, denken und handeln anders. ADHS tritt bei ca. 5% der Kinder auf. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist ein Oberbegriff für zwei Ausprägungen dieses Störungsbilds. Mit und ohne Hyperaktivität. ADHS-Betroffene, das heißt Menschen, die zwar unter einer Störung der Aufmerksamkeit leiden, jedoch nicht hyperaktiv sind, wirken oft verträumt und bisweilen auch verlangsamt. Hyperaktive ADHS-Betroffene sind demgegenüber oft unruhig, zappeln und können ihre Bewegungsimpulse kaum kontrollieren. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass vorwiegend erbliche Einflüsse ADHS bedingen. Durch die fehlenden Botenstoffe im Gehirn können Betroffene Informationen kaum filtern. Und daraus resultieren eben Konzentrationsstörungen, daraus resultiert die Schwierigkeit, Wichtiges zu erkennen, daraus resultiert auch Motivationsprobleme und daraus resultiert auch die Kontrolle über die Gefühle zu haben. Wichtig ist jedoch, weder die Erziehung noch die Umwelteinflüsse sind Ursachen der ADHS. Sie beeinflussen aber ihren Verlauf im positiven oder negativen Sinn. Wir wissen, es ist sehr förderlich, wenn Kinder Unterstützung bekommen, wenn Kinder viel Sport machen, wenn Kinder auf dem Land aufwachsen, wenn viel Grenzen und Regeln da sind, die auch eingehalten werden, dann ist das für ADHS-Kinder hilfreich. Auch eine Reizüberflutung durch Fernsehen, Computerspiele, Smartphones oder eine chaotische Umwelt sind keine Ursachen der ADHS, doch können sie die Symptome der ADHS verstärken. Ich weiß, dass ich ADHS habe seit circa meinem vierten Lebensjahr. Eigentlich wusste ich das schon immer, ich bin damit aufgewachsen. Mein Bruder hatte auch ADHS und meine Eltern auch. Deswegen war es immer so ein Begriff, mit dem habe ich aber halt in jüngeren Jahren eigentlich nie was anfangen können. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir eben gesagt hatte, dass wir damals, als ich noch in Amerika gelebt habe, mit vier dann zu der Kinderpsychologin gegangen sind und ich dann damals meine Diagnose bekommen habe. Ich war früher der größte Chaot sozusagen, auch komplett hyperaktiv durchgedreht. Einfach hat es dann ganz schnell gereizt. Zum Beispiel wusste ich, dass ich in der Klasse mich einfach nicht konzentrieren konnte zum Beispiel oder dass ich einfach die ganze Zeit rumgehampelt habe, obwohl ich es gar nicht so richtig wollte und nicht der Einzige war in der Klasse, der da so drauf war. Dann hatte ich halt mit der Diagnose eine Erklärung dafür. Ich glaube, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich gesagt habe, ich bin so wie die anderen. Es war immer, ich war anders und das war in vielen Teilen auch ein beunruhigendes Gefühl, aber auch etwas, womit ich mich auch besonders gefühlt habe. Das hat mich auch dazu motiviert, immer so optimistisch durch all die Jahre zu gehen, auch mit alten Therapien und so weiter. Ja, jetzt heutzutage ist es so eigentlich, dass ich meistens in der Klasse der Ruhige bin und der auch sozusagen mehr abkann im Gegensatz zu anderen. Also ich kann mich mit meinem ADHS auf Dinge, die mich interessieren, sehr stark fokussieren, kann da ewig lang dran arbeiten, ewig dran tun und machen. Zum Beispiel, ich lerne gerade eine Programmiersprache und kann da stundenlang mich dran setzen, ohne zu ermüden und daran weiterarbeiten. Es führt auch zu meiner Spontalität, zu meiner Kreativität, dass ich auch, wenn ich Sachen sehe, wo ich mich nicht zweimal fragen muss, schreite ich da ein oder schreite ich da nicht, da schreite ich ein. Ich glaube, das ist so eine Sache, die mich ausmacht und die will ich auch überhaupt nicht vermissen. Gut, ich habe ADHS, habe ein paar Nachteile, aber die kann ich sozusagen halt einfach gucken, dass ich die ausblenden kann und die mit anderen Sachen, also in den positiven Seiten sozusagen wieder auffüllen. Und so ist es an sich auch wieder ein Gleichgewicht. Vieles bleibt einem doch erhalten, das heißt, dieses Thema sich selber zu organisieren, dieses Thema die Kontrolle über die Gefühle zu bekommen, rechtzeitig in die Gänge zu kommen, Sachen zu Ende zu machen, das ist oft auch noch im Erwachsenenalter eine Herausforderung, damit einen guten Weg zu finden. Aber im Erwachsenenalter ist es ja eher möglich, dass ich mir meine Bedingungen so ein bisschen selber auswähle. Welchen Beruf will ich ergreifen, dass der zu meinen Stärken und Fähigkeiten, aber auch zu meinen Schwächen passt. Insofern kann Heilung in dem Sinne irgendwann so sein, dass keine Behandlung nötig ist mehr, aber zum Teil bestehen die Symptome eben weiter vor. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich Menschen sucht, die einem gut tun und die zu einem passen. Durch ihre Art zu denken, können sie sehr kreativ und kritisch sein und dadurch völlig neue Sichtweisen entwickeln. Unter ihnen gibt es neben Künstlern auch den Politiker Christoph Lauer, den Arzt und Kabarettisten Eckart von Hirschhausen, den Profisportler und Weltmeister Sven Ottke und den Buchautor und Blogger Sascha Lobo. Wichtig ist es, ADHS zu erkennen und das möglichst früh im Kindesalter, um rechtzeitig Hilfen und Unterstützung einzuleiten. Also einen speziellen ADHS-Test gibt es nicht. Also das wird häufig gefragt, ich möchte mein Kind auf ADHS testen, machen Sie mal den Test. Die Diagnostik setzt sich aus verschiedensten Bausteinen zusammen. In einem Gespräch mit den Familien und den betroffenen Kindern werden erstmal die Kinder und die Eltern ausführlich zu den Problemen in der Schule, im Freizeitverhalten und auch in der Familie befragt. Die Lehrer werden häufig ebenfalls befragt, häufig mittels Fragebögen, die wir ausgeben. Zusätzlich werden für die Untersuchung der Kinder und Jugendlichen verschiedene Leistungstests eingesetzt. Die Verhaltensbeobachtung der Kinder und Jugendlichen in den Untersuchungen sind ebenfalls sehr wichtig und sehr aufschlussreich. Da lassen sich auch viele wertvolle Hinweise finden. Und letztendlich ist auch nochmal die Fragebogendiagnostik der Eltern und der Kinder auch ganz, ganz wichtig. Und am Ende des ganzen Prozesses findet eine Auswertung aller Ergebnisse statt. Und die werden auch mit den Familien, also mit den Eltern und den Kindern und Jugendlichen ausführlich besprochen. Also es gibt ja keine spezifischen Tests, mit denen man eine ADHS wirklich sicher bestimmen kann. Also sammeln wir mit allen Tests, die wir machen, Hinweise. Und regelmäßig gehört als ein Baustein dazu für die Diagnostik ein Konzentrationstest, der bei uns immer am Computer stattfindet. Das heißt, es gibt eine einfache Aufgabe, die aber für Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung oft sehr schnell sehr langweilig werden. Und wir gucken in diesem Konzentrationstest dann, ob die Kinder trotzdem bei dieser langweiligen Aufgabe bleiben können. Das ist für uns ein deutlicher Hinweis. Wir testen mehrere Dinge in diesen Tests. Also zum einen, wie schnell die Kinder reagieren, wie kontinuierlich sie arbeiten und ob sie Ergänzungsfehler machen oder Auslassungsfehler machen. Und das können Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung regelmäßig schlechter als Kinder ohne eine Aufmerksamkeitsstörung. Ein weiterer Baustein in der Diagnostik, der uns auch ganz entscheidend wichtig ist, sind immer die Leistungsteste. Das heißt, wir messen die Intelligenz. Und wenn die Intelligenz anders ist als die Dinge, die Kennzeichen sind für eine Aufmerksamkeitsstörung, wenn da ein großer Unterschied ist in den Ergebnissen, dann bekommen wir weitere Hinweise, die wichtig sind für uns. Wird die ADHS-Symptomatik zum ernsten Problem, können Familien bei Erziehungsberatungsstellen, Jugendämtern, Ärzten und Therapeuten um Hilfe bitten. Zudem gibt es bundesweit zahlreiche Selbsthilfegruppen, sowohl für Eltern als auch für die Betroffenen selbst. Der ADHS Deutschland e.V. ist eben ein eingetragener Verein im Grunde ein Dachverband von zahlreichen Selbsthilfegruppen, die für Betroffene selbst mittlerweile, weil es eben auch durchaus eine ganze Reihe von Gruppen gibt für Erwachsene und eben Angehörige, oft Eltern eben von Kindern mit ADHS, eine Unterstützung bieten. Im Grunde ist es zweigeteilt. Das eine ist diese Selbsthilfe, wo jeder mit jedem spricht. Die Gruppen, wir haben aber auch Internetberatung, wir haben Telefonberatung. Und der zweite Teil ist eben, dass der Verband auch die Aufgabe hat, letztlich für eine Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen, damit die Akzeptanz für ADHS verbessert wird. Die professionelle Behandlung ist heute breit aufgestellt und nicht auf die Einnahme von Medikamenten begrenzt. Hier gibt es zahlreiche erfolgversprechende Therapien, von Gruppenangeboten wie Psychomotorik und Ergotherapie bis zur individuellen Verhaltenstherapie. Ja, es geht zum einen darum, dass man diese Diagnose erst mal stellt und dann einfach auch eine Erklärung geben kann, was sind denn die Besonderheiten von ADHS, worin bestehen die Schwierigkeiten von ADHS. Und das muss man auch kindgerecht machen, dass einfach auch die Kinder ein Modell davon kriegen, dass sie das greifen können. Was ist denn mit meinem ADHS? Warum habe ich das? Was sind die Auswirkungen davon? Dass man natürlich auch den Eltern Unterstützung gibt, wie gehe ich mit den ADHS-Symptomen um, dass man mit den Lehrern spricht und erklärt, worin die Schwierigkeiten der ADHS-Kinder bestehen. Der nächste Schritt wäre dann eben auch stärken, fördern. Und das ist ganz wichtig, dass man ADHS eben nicht nur als Defizit begreift. Ich sage immer, ADHS ist eine besondere Art zu sein. Ein guter Platz in der Gemeinschaft finden, Sportvereine, Fahrtfinder, Musikvereine. Und das alles ist oft für ADHSler sehr wichtig, weil man da einfach auch soziales Training hat, weil man auch da gute Erfahrungen machen kann, wenn man etwas gut kann. ADHS-Kinder haben oft wenig Erfahrung von Erfolg und den brauchen sie dringend. Und das ist schade, wenn sie einfach immer nur Misserfolge, Niederlagen haben. Und hier brauchen sie eine besondere Unterstützung. Nächster Punkt wäre eben Elterntraining. Engeltern brauchen oft auch ganz konkrete Anweisungen. Wie gehe ich um mit problematischem Verhalten? Wie gehe ich um mit Trotz, mit Wutausbrüchen? Dass sie eben angemessen ihr Kind unterstützen können. Es gibt dann auch spezielle Konzentrationstrainings für Kinder. Es gibt auch Verhaltenstherapie. Und man muss einfach gucken, wie fördert man individuell das Kind? Das muss man einfach von Kind zu Kind sehen, welcher Behandlungsschritte es bedarf. Und als letzter Schritt wäre eben auch die medikamentöse Behandlung. Die kann eben oft auch hilfreich sein, dass ein Kind überhaupt erst in der Lage ist, Erfahrungen aufzunehmen und auch dann in seinem Leben umzusetzen. Seitdem ich jetzt alleine wohne, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich tatsächlich auch mal ohne die Medikation mal leben möchte. Und das war für mich weniger eine Frage, will ich abhängig sein von Medikamenten. Das war für mich mehr eine Frage, schaffe ich es? Schaffe ich die Aufgaben, die die Gesellschaft mir entgegenwirft? All die gesellschaftlichen Erwartungen, für die ich partout einfach gar überhaupt nicht motiviert bin, die zu tun und die zu erfüllen, dann schaffe ich das tatsächlich alleine nicht ohne Medikamente. Was ich aber für mich selber sage, für mich helfen die Medikamente normal zu wirken, dass ich mich auch wohlfühle, dass ich meinen Chaos in meinem Kopf nicht mehr so stark spüre. Es hilft mir einfach fast, ich sage es jetzt mal einfach mal so, normal zu sein, dass ich quasi dasselbe kann wie andere Menschen. Wichtig für die Betroffenen ist die Struktur im Alltag. Wie räume ich auf? Wie mache ich Listen, um nicht alles zu vergessen? Wie fange ich eine Aufgabe an und zwar rechtzeitig? Was ist wichtig? Worauf muss ich mich konzentrieren? Was lenkt mich ab? Gerade für Kinder, die Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten selber zu kontrollieren, sind natürlich äußere Strukturen, die letztlich ein bestimmtes Verhalten auch ganz natürlich machen, weil es in gewisser Hinsicht vorgegeben ist, extrem wichtig. Das heißt jetzt für den Alltag in der Familie, dass man bestimmte Regeln aufstellt, die dazu führen, dass man nicht so viele Alltagskonflikte letztlich hat. Die ADHS ist eine besondere Art zu sein und gehört zu der Persönlichkeit der Betroffenen. Es ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen, damit sein Leben lang einen guten Weg zu finden. Schüler, die von der ADHS betroffen sind, zeigen auffällige Verhaltensweisen, die je nach Ausprägung der ADHS sehr unterschiedlich sein können. Die meisten ADHS-Kinder wären gerne so wie ihre Kameraden, genauso beliebt und anerkannt. Doch die ADHS macht es ihnen schwer, sich so zu verhalten, wie sie es gerne tun würden. Hinter der Fassade des Klassenclowns verbirgt sich daher nicht selten die Verzweiflung, anders zu sein und nichts daran ändern zu können. In der Grundschule habe ich es am meisten eigentlich mitgemerkt, weil ich einfach da vom Verhalten gecheckt habe, was ist da jetzt bei mir sozusagen falsch, was läuft da falsch, wieso ist es so, warum ausgerechnet ist es bei mir so. Das war dann auch am Anfang, in der Zeit vom Gymnasium. Auf jeden Fall waren immer meine Interessen anders. Im Vorschulalter war es dann immer, ich wollte immer mehr Action, ich wollte immer mehr Aufregung, ich wollte immer mehr und mehr, während die anderen schon immer sagen, na, nichts mehr, wir haben schon irgendwie genug. ADHS-Betroffene sind meist von ihrer motorischen Unruhe getrieben, stehen unerlaubt von ihrem Platz auf, weil sie es einfach nicht schaffen, ruhig auf dem Stuhl zu sitzen. Durch ihre eingeschränkte Fähigkeit, die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrecht zu erhalten, sind sie während des Unterrichts oft unkonzentriert. Ihre Reizoffenheit lenkt sie oft vom Unterricht ab. Eigene Gedanken, Geräusche und Bewegungen in der Umgebung ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Dadurch verpassen die ADHS-Betroffenen oft viele Details im Unterricht, was es ihnen erschwert, gehört es einzuordnen und abzuspeichern. Nicht zuletzt sind sie ständig damit beschäftigt, ihre Unruhe zu kontrollieren und gegen das eigene Chaos im Kopf und im Schulranzen anzukämpfen. Wenn ADHS-Betroffene korrigiert werden oder ihnen widersprochen wird, können sie oft schnell gekränkt sein, sich zurückziehen oder sehr wütend werden. Dann überschreiten sie rasch die Grenzen anderer. ADHSler haben einen ausgeprägten Sinn für Ungerechtigkeit. Und ihre einmal gefasste Meinung können sie sehr hartnäckig vertreten. Sie können auch sehr empfindsam und schnell kränkbar sein, dann aber auch wieder schnell fröhlich und ausgelassen. Wichtig ist den ADHS-Betroffenen vor allem das Verständnis der Mitmenschen, dass ihr impulsives Verhalten meist nicht böse gemeint ist, sondern Ausdruck ihrer Probleme ist, ihre Gefühle angemessen zu kontrollieren. Also jetzt gerade im Vergleich zu den früheren Lehrern und jetzt zu denen auf der Realschule, die ich jetzt hatte, war einfach der Unterschied ganz krass. Hier auf dem Gymnasium, die haben ja gesagt, hier mach deine Sachen fertig, das ist fatal sozusagen für uns, weil wir sagen uns so, ich habe keinen Druck dazu, mache ich es einfach nicht, interessiert die ja nicht. Letztendlich haben wir dann am Ende das Problem, wir können die Sachen nicht und das war jetzt dann zum Beispiel auch auf der Realschule komplett anders, da haben die Lehrer wirklich sich um einen gekümmert sozusagen. Gerade bei mir sind die Lehrer ein bisschen mehr darauf eingegangen, so ja komm ey, das und das kannst du nicht am Ende in der Arbeit, kriegst dann wieder eine schlechtere Note und das will man ja am Ende nicht. Also gerade einfach diese Kommunikation mit den Lehrern, dass es nicht einfach so die Lehrerbasis ist, ja, ist halt mein Lehrer, sondern auch so ein bisschen mit so als Freund rüberkommt. Ich glaube, ohne diese Lehrerin hätte ich zu einem nicht mein Abitur geschafft, ich hätte nicht die Motivation beziehungsweise dafür aufbringen können, noch hätte ich es quasi mental mit dem Verhältnis meiner Klasse, die zu dem Zeitpunkt recht schwierig war, überhaupt geschafft. Durch hier habe ich auch überhaupt gelernt, auf andere Menschen versuchen zu verstehen, auch nicht immer aus meiner Perspektive, ich bin so wie der andere zu denken, sondern der andere kann es auch anders interpretieren, er kann es auch anders verstehen. Und mein Verhalten kann zwei verschiedene Reaktionen und nicht nur eine bestimmte Reaktion auslösen. Und ich glaube, wäre sie nicht gewesen, das war sozusagen für mich fast wie ein Glücksfall, dann will ich zum einen nicht die Person, die ich heute wäre, geschweige denn mit dem Studium, noch mit einem eigenständigen Lebensstil. Es ist wichtig, dass Lehrer und Mitschüler die besondere Problematik der Betroffenen verstehen und akzeptieren. Das heißt nicht, dass sie alles entschuldigen und ertragen müssen. Betroffene brauchen so wie jeder andere klare Grenzen und müssen immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, wenn sie die Grenzen überschreiten, besonders wenn sie andere damit verletzen. Betroffene leiden selbst unter ihrer Unkonzentriertheit, ihren Stimmungsschwankungen und ihrem angesteuerten Verhalten. Klassenkameraden können diese Verhaltensweisen nicht verstehen und Lehrer stört zusätzlich die Unruhe, Ablenkbarkeit und Langsamkeit. So wird die ohnehin oft angespannte Situation des Unterrichts zu einer besonderen Herausforderung. Verständnis für die Ursachen der ADHS sind die Voraussetzung für Akzeptanz. Trotzdem müssen Grenzen gesetzt werden und den Betroffenen ihre störenden Verhaltensweisen zurückgespiegelt werden. Um es vorwegzunehmen, es gibt bei den Betroffenen keinen Knopf zum Ausstellen. Die Maßnahmen in der Schule können auch keine Therapie ersetzen. Und es gibt auch kein Patentrezept. Denn so unterschiedlich wie die Rahmenbedingungen in den einzelnen Schulen, die Lehrkräfte, die Klasse und wie die Betroffenen selbst sind, so individuell muss man nach Möglichkeiten suchen, um den Umgang für alle einfacher zu gestalten. Alle in der Klasse sollten davon profitieren und müssen sich wohlfühlen, auch die Lehrkräfte, denen bei oft zu großen Klassenstärken ohnehin schon viel abverlangt wird. Hilfreich ist für Betroffene ein fester Sitzplatz in allen Klassenräumen, weit vorne in der Nähe des Lehrers, wenn möglich allein auf einer Sitzbank und nicht direkt am Fenster. Um den Ablauf des Unterrichts durch ständiges Ermahnen nicht unterbrechen zu müssen, können abgemachte Zeichen oder Signalkärtchen mit klaren Anweisungen von Vorteil sein. Und manchmal sollte man einfach über die eine oder andere Auffälligkeit drüber wegsehen, um den Unterricht am Laufen zu halten. Kleine Tätigkeiten wie zum Beispiel die Tafel abzuwischen oder das Einsammeln von Materialien kanalisieren den Bewegungstrang von ADHS-Betroffenen und verschaffen oft Erleichterung. Auch Bewegungsspiele für die gesamte Klasse helfen, die Aufmerksamkeit und Konzentration aller wieder zurückzuholen. Was die Schüler mit ADHS dringender benötigen als alle anderen Schüler, ist positive Verstärkung. Manchmal hilft auch schon ein Lob bei Teilerfolgen, um das geringe Selbstvertrauen zu stärken. Sinnvoll können aktuelle Vorsätze sein, an deren Umsetzung sich die ganze Klasse in dieser Woche versucht. Wie zum Beispiel erst etwas sagen, wenn man aufgerufen wird. Die Vorsätze lassen sich oft besser durchsetzen, wenn die Schüler selbst Vorschläge einbringen dürfen. Verstärkerpläne, also eine Art Belohnungssystem bei der Einhaltung von Abmachungen, können genauso helfen wie sogenannte Wenn-Dann-Pläne zur Verbesserung der Handlungskontrolle und Selbstregulierung des eigenen Verhaltens. Auch wenn ADHS-Betroffene es den Lehrkräften und den anderen Mitschülern nicht immer leicht machen, bedeutet es ihnen sehr viel, ein geachtetes Mitglied in einem Klassenverband zu sein. Ich will auf jeden Fall ich selber sein. Ich möchte aber auch von anderen Menschen respektiert werden. Nein, aber ich möchte auch von anderen Menschen respektiert werden. Und ich möchte aber auch dasselbe schaffen, also sozusagen eben dieser große Stolz in mir. Ich will dasselbe schaffen wie andere. Mobbing kann verhindert werden, wenn Schüler lernen können, ADHSler besser zu verstehen und ihnen klare Grenzen setzen können mit einem klaren Nein, statt endlosen Diskussionen oder Raufereien. In den Pausen sollten die Mitschüler die ADHS-Betroffenen nicht allein lassen und sie in ihre Spiele einbeziehen. Gute und überraschende Ideen gehören zum Repertoire der ADHS-Betroffenen. Ebenso wie Witz und mitreißender Charme. Auch in der Schule sollte ihnen die Chance gegeben werden, diese Stärken zu zeigen und weiterzuentwickeln. Mir ist es letztlich wichtig, dass die ADHS als eine Verhaltensvariante anerkannt wird und nicht als das Störungsbild gesehen wird, was im Grunde Kinder von vornherein ausschließt von bestimmten Aspekten oder Teilhabe an bestimmten Gruppen. Was so gesehen wird, dass man es im Grunde wie eine Krankheit behandeln muss und ansonsten ist es mehr oder weniger unmöglich, dass diese Personen in der Gesellschaft ein normales Leben führen. Und insgesamt auch die Informationen darüber, dass es einfach durch eine genetische Disposition von Anfang an Kinder gibt, die ein besonderes Verhalten zeigen, sich schwerer tun, sich in Gruppen einzufügen, sich in Gruppengemeinschaft dann auch zu konzentrieren und dass man auch die Pädagogik ausrichtet auf solche Kinder und nicht nur diejenigen bedient, die letztlich gut selbstgesteuert im Alltag sich bewegen. Ich finde, die Gesellschaft muss bereit werden für ADHS. Die Gesellschaft braucht Menschen mit ADHS. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020